Die Revolution der Gnade Erlebe die Kraft für ein Leben frei von Niederlage Joseph Prince Einleitung Eine Revolution der Gnade fegt heute über die Welt hinweg. Es ist eine Revolution, die die Mauern eines gesetzlichen, religiösen Christentums niederreißt und eine brandneue Generation von Gläubigen in eine tiefe und innige Beziehung mit der Person Jesu bringt. Diese Revolution hat viele Folgen. Kostbare Menschenleben werden erneuert, Ehen werden wiederhergestellt, Kranke werden geheilt und viele Menschen werden aus der Sklaverei der Gesetzlichkeit befreit. Diese Freiheit gibt diesen Menschen wiederum die Stärke und die Kraft, über ihre Herausforderungen hinauszuwachsen. In diesem Buch wirst du ihre Geschichten hören und herausfinden, wie eine echte Begegnung mit ihrem wunderbaren Retter ihr ganzes Leben verändert hat. Wenn du auch in deinem eigenen Leben vor Herausforderungen stehst, musst du nicht bis zum Ende dieses Buches warten, um die Antwort herauszufinden. Ich möchte dir von Anfang an sagen, dass Jesus deine Lösung ist. Er ist deine Antwort, deine Hoffnung, deine Freude, dein Friede und deine Sicherheit. Wenn du ihn hast, hast du alles. Bei der Revolution der Gnade dreht sich alles darum, Jesus wieder in den Vordergrund zu rücken. Zu lange ist der christliche Glaube auf eine Liste von Dingen reduziert worden, die man tun oder nicht tun sollte. Das ist nicht der Grund, warum Jesus auf die Erde kam. Das ist nicht, worum es beim Christentum geht. Jesus kam nicht, um uns auf unsere Fehler hinzuweisen. Ganz ehrlich, viele von uns wissen um ihre Fehler. Und falls nicht, sind unsere Ehepartner nur allzu bereit, sie für uns herauszustellen. Jesus kam, damit wir Leben haben, und zwar im Überfluss. Er kam, um uns zu retten, zu erlösen und uns mit Gott zu versöhnen. Genau das ist das Evangelium, verpackt in die herrliche Einfachheit namens Gnade. Ewiges Leben für uns, das mit dem blutbefleckten Opfer auf Golgatha bezahlt wurde. Das Kreuz ist Gottes Meisterwerk. Es ist außerdem sein Masterplan, um die Menschheit vor sich selbst zu retten. Ein narrensicherer Plan, ohne seitenlange komplizierte Bedingungen, die nur ein versierter Anwalt entschlüsseln kann. Die Wahrheit ist, dass ungebildete Fischer, glücklose Huren und die Armen Jesus verstehen konnten. Auf der ganzen Welt predigen immer mehr Prediger der Gnade das unverfälschte Evangelium Jesu. Ein Pastor, der meine Botschaften regelmäßig hört, übernahm als Hauptpastor eine Gemeinde, die zu jenem Zeitpunkt durchschnittlich von etwa 1000 Mitgliedern besucht wurde. Er und seine Frau begannen nachdrücklich das Evangelium der Gnade zu predigen und die Liebe Gottes zu offenbaren. Er erzählte mir, dass sich die Größe der Versammlung in weniger als sechs Monaten verdoppelte. Nun kommen jede Woche mehr als 2000 Menschen, und sie verteilen sich schnell auf neue Gebäude. Warum? Weil das Evangelium wirkt. Warum sollte es uns überraschen, dass Menschenleben berührt, verändert und erneuert werden, wenn Jesus gepredigt und erhöht wird? So ist eben die Revolution der Gnade. Gnade ist keine Sache. Und die Revolution der Gnade ist keine Bewegung. Gnade ist eine Person. Und ihr Name ist Jesus. Die Revolution der Gnade ist eine explosive Offenbarung, die im innersten Heiligtum deines Herzens stattfindet, wenn du Jesus begegnest. Es ist keine von außen gewirkte Revolution, sondern etwas, das von innen heraus geschieht. Selbst wenn du versagst, bringt dich dein Versagen weiter. Und wenn du fällst, stürzt du nicht ab. Gnade gibt den Hoffnungslosen Hoffnung und den Hilflosen Hilfe. Bist du erschöpft, am Boden zerstört, ausgelaugt, am Ende deiner Kräfte und kurz davor aufzugeben? Gnade ist die Hand, die dich aus dem Sumpf der Niederlage zieht. Gnade ist die Versorgung, die jeden noch so großen Bedarf wie eine Flut ausfüllt. Gnade ist die Person, die für deine Erlösung ans Kreuz genagelt wurde.